Was hat der Einer letztens im Chat geschrieben, Andrea, ich will ein Kind von dir. Andrea, ich bin dein Kind von dir. Nee, ich weiß es nicht. Hast du eins übrig? Hat sie geantwortet. Also machen wir das jetzt auch mal eine coole Antwort. Wer ist das? Das ist die Ingeborg Krabbe, glaube ich. Ingeborg Krabbe ist das. Sie ist oder? Hallo Tatjana. Hallo. 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 Na, da ist eine Schauspielerin. Ach, jetzt sind die Karte. Rote Haare, ne? Ja, das passt. Nee. Nee, nee, nee. Das ist ein Fußballtrainer. Wie heißt er? Ging er? Eduard Geier. Oder so ähnlich, ja. Eduard! So ähnlich war es schon. Eduard! Dann lass mich doch rumrufen! Bist du? Klappe? Ja, wie gibt es... Klappe? Ja! Du bist und er vorang, fejst! Das ist ja denne Kindlauben... Ja, 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 ja! Wie die geil! Wie die geil! akapier, wir sind noch lange her. Du fand die, die? Oh, du kann kommen! Super Katze, ich hab ein으로o? Ihr Lieben, meine Plakate, macht ihr bitte nochmal die richtig schön hoch. Achtung! Isabelle, schickst du zu? Schick, schick, schick! Hier ist einer von den Pudels, da ist einer von Pervat. Hier, hier, Claudius! Hier, hier, Claudius! Hier, 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 hier! Hier, hier! Hier, 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 hier. Hensler, Hensler! Hensler ist irgendwo. Christian! Ne, der heißt anders. Das ist das, der kocht, aber das ist nicht der Hensler. Ja, habt ihr welche da? Oh, das nehme ich erst einmal! Oder zwei. Ein Stift habe ich auch. Das ist gerade dasselbe. Ich nehme auch Geld, so ist es nicht. So, und Freitag sind wir schauen, gell? Das machen wir. Kann ich noch ein Stück kriegen? Ich nehme auch Geld, so ist es nicht. Langsam, so viel habe ich nicht. Eigentlich brauche ich dich nur. Dankeschön. Ja, Hänse, halte ich auch bitte ein. Dankeschön. Da ist schon eine Gelbe. Stumpi! 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 Siehst du schon? Ja, die Frau sehe ich schon. Stumpi! Und dann kann ich nicht wieder wieder sagen. Aber ganz schnell! Der Mann kann so칸 woher gehen, auch in der Tutsche. Der Mann kann so etwas weiterfahren, aber vorher sagen, das ist immer die Runde, die Achso. Aber schnell, schnell! Stefan ist hier vorne bei uns. Hallo! Hallo! Hat er dabei? Hat er? Hat er nicht? Das haben wir. Ja, ja. Hat er. Hat er. Hat er. Oh, bitte. Die Damen möchten gerne. Ja, ich nehme auch Geld. So ist es nicht. Ja. Oh, das... Wolltet ihr? Bitte? Danke, danke. Hast du das? Hallo, wir wollten mir noch welche geben. Wer ist das hier? Der Box. Und wieder. Vorrevision. Hallo! Wir hatten jetzt noch was drauf. Ah, lalalala! Wir hatten jetzt noch was drauf. Das sind so alle, ne? Toll! Hallo! Na, wir wollten immer noch rote Roten. Na, wunderbar. Aber hier kommt ja nicht wir. Wir dürfen nicht. 200 Folgen und dann sind wir raus. Aber die anderen dran. Ich komme ja schon wieder bald neue Folgen. Okay. Alles Gute! Ja! 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 Ja, ja, ja! Ja! Bitte! Oh, toll! Stupi ist hier noch! Wo ist der denn? Robi! Robi! Stopp! Stopp! Wo ist der Marco? Da! Endlich! Was? Batterie geht an. Ella! 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 Johanna? Ella! Ja!